Wir haben Zeit! Kopf! Das ist zwar schlecht. Er lebt noch. Das ist gut. Erledige ihn. Du wirst bezahlen. Okay. Was tut er? Ja. Und hat den noch nicht ausgeschaltet? Was machst du? Was? Nein! Ich lebe! Gott sei Dank! Oh! Da drüben ist er. Ich sehe nichts. Wo komme ich hier her? Das andere müsste Bogenschütze sein. Kann nicht sein! Ich bin sicher, dass es von da drüben kann! Das hat mich scheiße! Ich glaub's nicht! Nein! Ich sehe meiner! Aber ich... Wo war es? Hier lang Männer! Ich habe keinen einzigen Stein mehr! Das ist schlecht! Steine! 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 Da drüben liegen Steine! Habt ihr gepumpt? Männer hier drüben! Zerschreitet euch nicht! Werdet versehen! Ihr bekommt noch was dazu! Der scheiß Bogenschutz! Da habe ich auch noch keinen Plan. Wenn wir in den rankommen. Wo versteckst du dich, du Feigling? Hör! Lass mich! Lass mich! Sucht weiter! Haltet die Augen offen! Sucht überall! Keine Gnade! Sag das gar nicht sein! Weg hier! Systematisch! Okay, wir haben die Raten da drüben runter geschossen. Das heißt... Hier darfst du mich nicht! Den haben wir hier weg! Abwarten! Jetzt kommt hier das Licht aus! Dann können wir die Raten vielleicht hochschicken! Schön, dass das ihn nicht animiert hat! Okay, wir kommen mal zu ihm hoch! Oh! Okay, trifft uns nicht! Oh nein! Oh nein! Wie kommen die Raten denn mit hoch? Rüchen die auf uns? Oder? Ach du Scheiße! Weg hier! Der muss von dem Lungen ausgeschaltet werden! Den kriegen wir nicht hin! Der muss von dem Lungen ausgeschaltet werden! Bitte bleibt bei uns! Bitte bleibt bei uns! So, das ist nicht so weit! So, das ist hoffentlich nicht so weit! Oh Gott! Den kriegen wir mit den Mitteln nicht weg! Müssen wir vielleicht eine Fackel ausschalten! Das wäre eine Lösung! Für den Bogenschutz natürlich noch keine Patentlösung! Hm! Für den Tränkenbogen noch mehrere Sachen! Jetzt haben wir gerne Steine mehr! Ich bin sicher! Wie kann ich den von unten in einem Stein ausschalten? Oder mit den Ratten? Jetzt von hier aus noch? Ne, das ist zu weit weg. Ich habe Warten. Die Bogen schützen kannst du halt auch nicht einfach mit meinen Ratten ausschalten. Haben wir noch das Problem mit dem schwer berüsteten, aber okay. Eine Idee haben wir über den Ausschalten. So. Okay, er ist weg. Der Bogenschutz ist weg. Jetzt können wir doch vielleicht seine Fackel ausmachen. Von dem großen Mann. Wer hat das jetzt so verstanden? Wie ist das wieder? Ihr habt euch ja doch versteckt, was? Ahhhh. Das müsste jetzt klappen. Als ob, als ob das nicht klappt, ich muss die Klappen rennen. Ich will das nicht nochmal machen. Rennen weg. Als ob die Fakke noch an ist. Oh shit. Warum? Sie holen einfach nicht auf mich. Ah shit. Einfach abhauen. Ich weiß nicht wo lang. Hier ist eigentlich keine Wache mehr. Also wo müsste man lang? Hier oben offensichtlich nicht. Ich habe keinen Stein mehr. Das kann nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nicht die ganze Scheiße nochmal von vorne. Das kann nicht sein. Ich habe keinen Safe Point. Ach du Scheiße. Ist das ein Horror hier. Ein Versuch noch. Dann mache ich eine kleine Pause. Sondern. Na die hatten wir schon ausgescheitert. Oh und die Ratten. Das kann nicht sein. Ja. Sie hören auf mich. Das kann nicht sein. Ich glaube nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Hier kriegst du, Rudrik. Bist du noch da? Na komm. Na, Mann, aber es ist ja. Ah ja. So viel dazu. Rudrik, was war das für eine Aktion? Bist mir eine große Hilfe. Na toll. Kopf treffen. Okay, immer Steine dabei haben. Jetzt haben wir die Geschichte mit dem wieder, mit den Bogenschützen. Ach, stell dich doch nicht als Zielscheibe dorthin. Nutzlose Nebencharaktere. NPC, NPC ist halt. Im Prinzip können wir die Fackel dort oben anlassen. Nein. Nein. Sieht uns vielleicht weniger. Sieht uns vielleicht weniger. Sieht uns nicht kommen. Wenn der Rudrik nicht wäre. Knapp. Unglaublich. Da seid ihr ja. Zeit für eure wohlverdiente Strafe. Knapp daneben. Ich muss wieder zurück. Ich muss wieder zurück. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Okay. Wie schnell die aufgeben Das wäre perfekt Jetzt sind wir auf Freibahn Darauf, auf den Käfig Wir müssen eigentlich nur den schweren Hierher locken Hier drüben ist noch der Schwerer Wie kriegen wir den jetzt weg? Wir brauchen nur noch Puder und Kristall Ich hoffe das liegt hier irgendwo rum Der Schlaftrunk wird aber auch nicht viel bringen Einfach in guter Tradition weglocken Wie war es damit? Was wir nicht ausmachen können wir jetzt nicht mehr Wir sollten uns aber trotzdem hier mal umgucken Ob wir hier was finden Hier können wir uns jetzt relativ frei bewegen Ich sehe mal Puderbrüche dafür noch Und das bringt es nach anderer Frage Nicht genug Material Bei den schweren Rittern hilft es glaube ich relativ wenig Wenn wir da so ein Betäugungsmittel dabei haben Die sind glaube ich relativ viel Mut dagegen Aber übrigens nicht das Zeug zu Dann setze ich erst mal da auf Und setze ich erst mal auf Weglocken Das wäre eine Idee Hat ja bisher schon öfters geklappt Das wäre einfach in die Arme rennen Ah hier sind wir Komm rüber Was wirst du diesen hier machen? Ich hab keine Steine mehr. Steine wären nicht schlecht. Kannst du den noch ausschalten? Das ist schlecht. Aber wir haben jetzt einen Plan. Steine aufheben. Steine bewahren. So, ich warte fertig. So, Licht aus. Licht aus. Steine. Kopf. Ja, gut. Das hier war's getrunken heute. Na komm, nimm mich. Nein! Achtung, wach! Auf den Kopf. Auf die Fackel. Und. Ratten. Du bist in Sicherheit, Rudi. Bleib dich frei. Und. Scheiß bist du. Die höllen auf mich. Boah. Zeig, dass ihr den Zeug wert seid. Na komm! Was kommt denn nach rüber? Auf, was habt ihr gefunden? Männer hier drüben! Wieso das denn jetzt? Wir können das ganze Feld hier als Schlachtfeld benutzen. Ich kann den jetzt schon ausschalten. Das ist wirklich sehr schön. Und hier. Da ist der Bogenschütze. Da haben wir jetzt auch einen kleinen Bläschen kriegen können. Da fehlt uns noch ein Puder. Ok, den haben wir schon ausgeknipst. Das ist sehr gut. Sehr schön. Das ist sehr gut. 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 Das ist sehr gut.